Kann man von euch hier mit erklären, weshalb man hier so dringend erscheinen muss? Mensch Opa, weil ihr heute richtig der Bär steht. Oh, da bin ich aber gespannt. Ja. Leo. Na? Oh, hier ist ja richtig was los. Ja, ist ja auch kein Wunder bei dem Programm heute, oder? Heute spielt eine junge Künstlerin, die ihren Song das erste Mal live auf der Bühne präsentiert. Echt? Wie krass. Ja. Ist schon verrückt, weil wir doch gerade heute davon gesprochen haben, dass das eigentlich dein großer Traum ist, oder? Und wann geht's los? Naja, sobald die Künstlerin dafür bereit ist. Ah, tu! Ich? Tja, dein Abend, dein Publikum. Uh! Nee, das kann ich nicht. Jo, jetzt bleib doch mal hier. Na klar kannst du das. Und woher weißt du das? Weil, naja, ich kann auch alles. Ich kann alles, ich kann alles seitdem, seitdem wir zusammen sind. Mensch Leo, du schaffst das, okay? Jetzt entspann dich, tief einatmen, ausatmen. Okay. Ich sitze da hinten, okay? Los. Hi. Danke. Ich sing heute einen Song, den habe ich für einen ganz besonderen Menschen geschrieben. Ich sing heute einen Song, den habe ich für einen ganz besonderen Menschen geschrieben. Ich sing heute einen Song, den habe ich für einen ganz besonderen Menschen geschrieben. Ich habe vor einer halben Stunde meine Bewerbung für die Pilotenausbildung abgeschickt. Ich sollte sie hier noch öfter spielen lassen, bevor du sie nicht mehr bezahlen kannst. Hammer Stimme, oder? Hallo, Christian. Hey, Frank. Bist du dienstlich hier? Ja, leider. Sagen Sie, bei Ihnen wohnt zur Zeit eine Leonie Richter, stimmt das? Ja, äh, gibt es ein Problem? Ich will mich nur ein paar Fragen stellen. Wissen Sie, wo wir sie finden können? Oben in Ihrer Wohnung ist sie nicht. Ja, sie hatte gerade ihren ersten großen Auftritt. Wahrscheinlich ist sie bei ihrem Freund. Tim Mendes? Ja. Und den finde ich wo? Na ja, der wohnt mit seinem Vater auf Königsbrunnen. Super, danke. Ja. Was ist denn überhaupt das Problem? Tut mir leid, Sie werden verstehen, dass ich Ihnen das nicht sagen kann. Tschüss. Tschüss, wir sehen uns beim Training. Tschüss. Tschüss. Die Fritsche, es war die dümmste Idee aller Zeiten. Ausgerechnet Fritsche mit diesem Spicker loszuschicken. Das nächste Mal mache ich es selbst. Das reinste Vergnügen mit den Studenten. Oh ja. Und Charlie hat das alles gewusst? Ja, wozu hat man Freunde. Ja, dafür, dass man sich vor Ihnen in Acht nennt. Also wenn ich aufgeflogen wäre, hätte ich mir die Prüfung an den Hut stecken können. Obwohl der Professor, da wollen wir uns mal nicht täuschen, uns sehr wohl hätte auffliegen lassen können. Was der Teufel, warum wir es nicht getan haben? Ja, an die glaubst du im Ernst? Er hat unser Affentheater nicht durchschaut? Hast du eigentlich überhaupt irgendwas geschrieben? Dein idiotischer Stromausfall. Der war für mich letztendlich wie ein katastisches Erlebnis. Ich habe geschrieben, wie in Trance. Ich will jetzt ja mal den Sekt aufmachen. Nein, 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 nein. Das ist zu früh. Mir hat bis jetzt noch niemand irgendetwas bestanden. Was war denn überhaupt los mit dir? Woher kam denn dieser Blackout? Ach, ich... Meine Enkelkinder, ich... Sie sind, glaube ich, in Schwierigkeiten... Ich hatte einfach keinen Kopf frei dafür. Sein Schwäger, der war übrigens gerade da. Dieser Arzt, er sucht Timo. Timo? Wieso das denn? Ich habe Timo gesehen. Dieses Mädchen. Was? Warum hast du das nicht schon hergesagt? Ich weiß so, wie das ist, wenn man keinen Bock auf seine Eltern hat. Auf jeden Fall hatten die so Rucksäcke an. Ich glaube, die wollten verreisen. Entschuldigt mich. Hätten Arno echt mal sehen sollen. Er war immer noch völlig fertig, weil wir ihm den Spickzettel untergejubelt haben. Dabei lief das echt wie geschnitten Brot. Ja, weil er Glück hatte. Echt, dich als Handwerker in die Uni einzuschleichen und mitten in die Prüfung zu platzen. Woher ist denn die bekloppte Idee? Okay, kann ja nicht alles so spießige Spaßbremsen sein wie du. Leute, ich habe Hunger. Hat jemand Bock auf Pizza? Bin dabei. Hey, okay, dann du rufst an und du schreibst auf. Also, ich hätte gerne eine Pizza mit Garnelen, Broccoli, extra Käse und Schinken und einmal Pizzabrötchen, bitte. Für mich die Pizza mit Sardellen und Tomaten. Dann hätte ich gerne einmal Quattro Staccioni mit extra Mozzarella, bitte. Quattro was? Quattro Staccioni. Nee, vier Jahreszeiten. Was ist denn da drauf? Du, alles mögliche. Artischocken, Schinken, Oliven. Ist ja auch völlig egal, oder? Schreib es einfach auf, oder willst du eine Zeichnung malen? Also, das bisschen kann man sich ja wohl merken, ne? Aber mach dir nichts draus, wenn du das nicht kannst finden. Doch der Titel muss man auch nur abschreiben können. Äh, du bist dran, Süße. Ja. Ich habe Hunger, jetzt mach schnell, sonst weiß ich nicht mehr, was ich... Dann Spigate und Mozzarella. Na, endlich. Ich gehe mal Oli fangen, ob du auch was willst. Äh, ja, ich helfe ihr, um besorgt was zu trinken. Was? Beallt euch. Was? Ich dachte nur, ich... Ich würde dir gern helfen, wenn ich dürfte. Ich weiß, es war eben total unsensibel von mir, es so anzusprechen, aber... Sag mal, soll ich es dir buchstabieren? Ich kann lesen und schreiben. Ich bin nicht dumm. Das habe ich auch nicht gesagt. Mein Gott, ich habe mir ein Märchen ausgedacht. Wow, und ich kann mir vier verdammte Pizzen merken. Jetzt komm schon. Zu deiner Info, ich habe früher mal in der Pizzeria gejongt. Also, setz dir auf, immer diesen Uber-Papel zu geben. Jessica, ich habe dich nach diesem Schild gefragt. Du hast mir gesagt, da steht irgendwas von Happy Hour drauf, aber... Alles in Ordnung? Klar. Was soll denn sein? Wieso schleicht es uns überhaupt hinterher? Hast du Schiss, dass er lieber Zeit mit einer Frau verbringt, die was zu bieten hat? Ach, nicht so doll schütteln, sonst fällt da noch was runter. Nein, ich will lieber eine Pizza haben. Oh nein, weißt du, dass du dir das merken kannst? Warte, eine süßliche, blasse Pizza für eine süßliche, blasse Frau? Ha, kann ich bemerken. Ich glaube, ihr geht es gerade nicht so. Deshalb haut sie so um sich. Klar. Schön, dass du dich so gut mit ihr verstehst. Ihr habt doch gerade über irgendwas geredet. Warum ging es denn da? Wir haben einfach nur geredet. Als du glaubst, es hat immer noch was mit der Waldhütte zu tun, da... ...da ist nichts passiert. Du musst... Das gönnen wir doch ein bisschen einversuchen. Jessica. Jessie. Was, guckst du so bescheuert? Soll ich dir beim Putzen helfen? Nein, aber... Vielleicht kann ich dir ja helfen. Was ist... Soll jetzt diese bescheuerte Frage? Ne, mit deinem... Leider keine Chance. Du musst deinen freien Tag ohne mich verdrängen. Ich habe zu viele Termine. Wie, du hast heute frei? Dann können wir doch zusammen aufs Gestüt. Unsere Karre steht noch da rum und... ...dem Vergaser kriege ich allein nicht hin. Ist echt cool von Hagen, dass du euch dem Wagen Schuppen unterstellen lässt. Und das sogar für Lau. Wäre ja noch schöner, wenn unsere Mitbewohnerin mit ihm schläft. Also, was ist jetzt? Ja, klar. Ja, cool. Sehe ich dich denn später noch auf einen Kaffee? Vielleicht. Tschüss. Ciao. Kannst du mal aufhören, hier rum zu versauen, dass ich nicht richtig lesen kann? Olli hat mich gerade angeschaut, als wäre ich bescheuert. Das habe ich doch gar nicht. Gut. Denn wenn du irgendjemandem von meinem angeblichen Problem erzählen solltest, dann... ...sag ich deiner Birne, dass wir in der Waldhütte nicht nur um unser Leben gekuschelt haben. Aber das stimmt nicht. Na und?